Ich setz mal Blue erstmal auf 100 Ne auf, ja ok Ok, Blue ist auf 100 Hm, keine Ahnung wofür das ist Bailed, aha Wolltest du, mach mal die Blöcke da drunter weg Immer noch Hä, haben wir irgendwas vergessen da? Oh ja, ob die immer noch hatten Oder ist der Abstand zu weit, aber ich glaube nicht Ne, warte da, warte mal kurz, mach mal kurz ruhig Äh Guck mal oben, wenn du da reingehst, ist ja oben so ein I Ich lese das mal durch Ein E D geht Na, bei uns ist Gott vorher wegbehindert Ja Hey Komm, der kriegt man dann Okay, das ist klar Also dann brauchen wir rot Das können wir, da können wir die Farbe ändern Wie viele Seiten sind das? Oh mein Gott Okay Aber wie aktiviert die sich das denn? Weiß ich nicht Ah Rechts, Schiff, Rechts, Weg Passt schon Jedes einzelne Oh mein Gott Unable to act vected Warum das denn? Muss der irgendwas drunter? Hä, warte mal Sind bei dir jetzt auch Blaupunkte drinnen? Ja So Unable Unable config Ach Hast du spawn Hast du spawn Ah, du stellst grad noch was ein, ne? Ja Jetzt hab ich irgendwas eingeschaltet Mal gucken Alter YOLO, warum stellst du denn so viel ein? Ja, keine Ahnung Stell mal gar n... Warte, wir machen das mal alles Dass alle gleich sind, das wär besser Wahrscheinlich einfach mal YOLO Das wir noch mal alles auf Null machen Stell dir mal eben den Rest fix auf Null Oh Jetzt mal ein bisschen stehen bleiben Alles noch mal auf Null stellen, das ist sicherer Und ob alles ist gleich bei allen oder nicht? Ja, ja, lass mal alles... Deswegen alles auf Null Deswegen stell ich jetzt hier Ach komm Was war die Form? Was war die Form? Eigentlich... Nein, warte, er ist alles auf Null Warte, warte, bevor wir was machen hier Black Das ist... Das ist so voll kompliziert hier So Hast du da drüben auch noch was eingestellt? Also alles ist auf Null, das heißt, was es geht Fade ist auf Delay, ne? Ach, Delay ist 1 bei der anderen, ne? Mhm Und Signs ist 0,1, okay 0,1 oder 1? Äh, Signs... Signs... So, und das denn bei den anderen ist, äh... Bei den anderen ist das alles 1 Oh Gott, ist das... Was ist das? Ich versteh das nicht, ey Warte mal, wie machen die mal alle 1? Wenn das schon 1 ist, dann... 1? Live 100 Okay, live 100 Tick Ne, die haben alle 0 Stell mal nix ein Oder liest ihr das durch, was weiß ich Ich... Guck mir erst mal nach oben gehen So, wir können sich abbauen So... Wir müssen abbauen Wir müssen jetzt... Was ist das? Ich muss jetzt... Ich muss jetzt aktiviert sein So... Mhm... Ja? Wir haben alles gleich Oh, ist das behindert? Jupp Bist du fertig mit dem Pixie Dust? Nein, lassen wir das erstmal so, sonst Oder guckst du dir was bei an? Ja, warte, ich guck jetzt noch Ich will mal was anderes ansehen Ich geh mal fix auf Toilettchen Nein, darfst du nicht Guck mich doch nicht Sie bett auch nicht So, 46 Stück Wie viele Bottles habe ich denn Überhaupt Da drin Da drin Da da Ich frage noch welche Scheiße Shit Shit, shit Ach, da ist ja noch eine Ja Ja Da Oh, dieses Weltenladen Immer meine Güte, ey ich glaube dir reichen so ruhig hier mit einmal hier rein das Portal ist ja schon wieder kaputt warum wo ist denn das Portal jedes Mal kaputt hier im Leder und wenn du bist? vielleicht? das ist ein bisschen komisch, ne? dann ist es auch, ja ach du jetzt guck ich mir das morgen früh fix an, Black also so läuft ja alles allgemein allgemein ungemein ich will gerade erstmal ein paar Gasbottles mit der Endluft Endluft? brauchst du Endluft? ja zum Beispiel meine Pixies auf die letzte Stufe bringen oder meine Sparks, ehrlich gesagt meine Sparks weiß nicht warum wir diese alten Blaze aussehen dass wir Blaze Lampen oder so noch haben hier an der Decke den Head kapiert der auch nicht, ne? jetzt macht der immer noch meinen alten Flash Head aber naja das ist auch egal ja tu mal die Kiste das ist wahrscheinlich weil er es so drin hatte irgendwie ja das könnte ja auch sein das kann alles ist meins im E ok Holz jetzt kommt der Patient aus seinem Briefkasten hier weg hm? jetzt kommt der Patient aus seinem Briefkasten hier weg stell dich erstmal ja weil die Workbench hier mit einem auch wieder weg war welche Workbench ich hier hängengestellt hatte doch in dem Portal dass ich da das Buchteil dahin bauen kann keine Ahnung war merkwürdig gehen wir nochmal durch dann geh ich nochmal durch mal gucken dot now ja es ist heil leck ist es heil ne ich hab leck was ist? black boah black hab ich nicht mal angesprochen ich bin grad zu ecker dann wurr ich dich an ich wurr dich dann an wenn ich was von dir will dann weißt du bescheid dass du gemein bist ein Längeweiliger eigentlich das riesen Loch das hier so durch geht welches? im End? ja ich was so so da kommen die Sachen hin aber hier gibt es auch nicht nicht wirklich was besonderes ne ne da gab es noch diese Amethysten da die wir gesucht haben Daconium gibst du noch Bienen zwei verschiedene Sorten das werde ich auch nächstes mal anfangen wenn man hier einfach die Obsidian-Türmer abbauen kann äh ja glaubt so aber was soll man damit na mach ich zwei drei sag mal den will ich den mach ich noch ein bisschen größer nicht kleiner die oder genau die